herzlich willkommen liebe leute ich begrüße euch zu einem weiteren video guide hier von mmo zone für die terrasse des endlosen frühlings beziehungsweise genauer gesagt ihr seht schon anhand des bildes hier für den ersten instanz boss die beschützer des endlosen und ja ich zeige euch hier natürlich den elite modus das heißt wir töten zuerst den ältesten regal danach ältester asani und ja dann bleibt eigentlich nur noch der beschützer kaolan wie das dann ganze wie das ganze funktioniert welche fähigkeiten die jeweiligen bosse beziehungsweise gegner erhalten schauen wir uns jetzt in den kommenden acht minuten an ich möchte gar nicht so viel vorspann machen da ist ja ein relativ einfacher encounter ist und ja zur killreihen folge noch einmal wir töten zuerst den ältesten regal danach ältesten asani und dann haben wir zum schluss noch den beschützer wir brauchen zwei tanks ein tank tankt jetzt erst mal das erste target der zweite tank ihr seht das jetzt hier gerade auf der rechten seite bisschen verdeckt von meinen unit frames der zweite tank bindet einfach die beiden anderen bosse an sich und ja jeder boss hat jetzt seine ich sag es mal so grundfähigkeiten zum einen hätte da der ich fange einfach beim aktuellen target an der älteste regal ihr habt ihr gerade schon gesehen der das sogenannte gewitter gefängnis kann man dispeln sollte man auch dispeln auf jeden fall sollten aber die drei betroffenen spieler sofern sie im mili bereich sind rauslaufen damit ihr dann dort einfach das gewitter gefängnis ablegt bzw dort in ruhe explodieren könnt außerdem hat er ihr seht es immer wieder er castet einen blitzschlag der sollte natürlich unterbrochen werden ganz wichtig wenn dieser jetzt gleich stirbt erhalten die anderen verbleibenden ältesten bzw der beschützer kaolan einen zusätzliche eine zusätzliche fähigkeit durch ja durch die scharverderbnis dazu komme ich dann gleich noch zu sprechen ansonsten ist hier wirklich focus target der älteste regal ihr seht ja wir haben ihn jetzt hier auf 46 45 prozent gewitter gefängnis betrifft im 25 spieler modus immer drei spieler im zehn spieler müsste es dann nur ein spieler sein und ja läuternde wasser ist die fähigkeit von dem ältesten asani der wird ja gerade von dem zweiten tank getankt das ist eine ganz interessante fähigkeit für die heiler denn die können sich in die pfützen reinstellen das werden wir gleich auch noch sehen wenn wir den ältesten asani töten als zweites wie gesagt und ja jetzt erst noch mal hier zurück zum ältesten regal wie gesagt fokus nummer eins wir machen hier den elite modus falls ihr keine lust auf elite modus habt könnt ihr natürlich den beschützer als erstes töten und danach dann dementsprechend die ältesten dann ist der kill auf jeden fall im first try sicher weil dann können die bosse jeweils gar nichts und ja acht prozent haben wir jetzt hier noch vom ältesten regal die anderen mobs beziehungsweise bosse werden sobald ihr einspieler tötet im übrigen wieder vollgeheilt und erhalten wie gesagt durch die scharfer der abnis eine zusätzliche fähigkeit älteste asani wird jetzt hier raus getaunt hat bleibt allerdings im mini bereich ganz einfach aus dem grund denn er hat jetzt die neue fähigkeit verderbte wasser bekommen das sehen wir jetzt hier perfektes timing verderbte wasser ist diese kugel in der mitte die muss man zerstören und als spieler bekommt man dann einen buff auch wenn es mir hier als debuff angezeigt wird es ist ein buff der das nahkampf distanz angriff und zaubertempo jeweils um 20 prozent um 25 prozent für 20 sekunden erhöht deswegen die kugel wird immer in der mitte spawn deswegen halten wir den boss hier einfach relativ zentral und und ja der beschützer kaolan hat jetzt natürlich auch eine neue fähigkeit und zwar den so genannten beschädigten boden man hat es gerade kurz gesehen hinten im bild er legt dort so flächen ab jetzt hier noch mal links wird bei uns auf der treppe gemacht hier noch mal verderbte wasser die verderbten wasser natürlich wieder töten möglichst viele spieler sollten jetzt hier in den bronzenen bereich denn dieses den geläutert buff erhaltet ihr nur in einem umkreis von 15 meter ihr seht es hier gerade wie schön das hoch steigt und das ist einfach dieser bronzene kreis ansonsten wollte ich aber eigentlich auf den tank zu sprechen kommen der gerade den beschützer kaolan tankt denn der beschützer hat jetzt auch eine zweite neue fähigkeit und zwar den sogenannten geschändeten boden ihr seht das hier gerade schon rechts in dieser schwarz grauen fläche das so hochpulsorisiert sieht man jetzt hier gerade sehr schön rechts im bild auf jeden fall die werden bei uns oben an der treppe abgelegt sieht man jetzt leider gerade nicht im bild aber vielleicht drehe ich ja gleich meine kamera noch und ja ihr könnt es ja da oben erahnen wo die flächen sind auf jeden fall sollte der tank wirklich darauf achten dass er dass er da nicht einen zu hohen stack kassiert er hat mittlerweile ein sechster stack wenn ich das richtig im grid sehe müsste ein sechster stack sein und ja eventuell muss dann euer zweiter tank welcher hier gerade den ältesten asani tankt einfach dann mal kurz zwischentaunten denn der schaden der von diesen ja entweiten böden ausgeht ist dann doch schon etwas hoch ja ansonsten älteste asani hat jetzt noch zehn prozent ganz wichtig ist natürlich auch immer den wasserblitz zu kicken und ja das war es im großen und ganzen der ist jetzt hier geschichte wir mit sie noch einmal verderbte wasser die nehmen wir natürlich mit denn die 20 prozent angriffstempo die 25 warum sage ich mal 20 prozent es sind 25 prozent über 20 sekunden und ja hier seht ihr auch noch mal schön die entweiten böden wie die abgelegt wurden jeweils in dreier reihen aber das könnt ihr denke ich mal machen wie ihr wollt ja der zweiteste älteste ist mittlerweile tot ich bin gerade auch tot das heißt der boss hat jetzt natürlich die fähigkeit eine zweite scharverderbnis also einen zweiten stack von scharverderbnis erhalten und bekommt somit auch die fähigkeit man sieht das jetzt hier rechts dieses pulsierende ja diese pulsierende kugel die nach außen hin ein haufen damage verursacht nennt sich entfesselte verderbnis und ja ziel ist es jetzt einfach den boss so zu kiten dass er zum einen nicht in den geschändeten boden steht sieht man jetzt hier wieder die zwei flächen hinter mir und und möglichst diese ja dieser entfesselte dieser entfesselte verderbnis die man jetzt hier wieder rechts pulsieren sieht so ablegt damit man nicht den ganzen raum zu baut ihr seht ja wir sind hier möglichst weit außen einfach aus dem grund damit wir den raum den platz den wir jetzt noch zur verfügung haben wirklich 100 prozent nutzen können ähm der enrage timer 2 minuten 5 ist mehr als ja mehr als gut bemessen sage ich mal also ihr solltet hier wirklich keine probleme mit dem enrage haben ganz wichtig ist bei dem entfesselten verderbnis müsst ihr je schneller ihr weit weg seid beziehungsweise man sieht es ja jetzt eigentlich ja man sieht wie weit der einflussbereich ist immer an diesem ja an diesem schleierhaften nebel in diesem kreis ähm jetzt sieht man ja man sieht dass wenn man oben aus den gittern rausschaut sieht man so eine kleine barrikade aus nebeln und das ist halt die zone wo man noch schaden bekommt jedenfalls je weiter man davon weg ist also innerhalb dieses kreises natürlich noch desto weniger schaden bekommt man deswegen bin ich auch gerade so geplatzt weil ich einfach wirklich in der mitte stand und da wirklich die kompletten 175.000 schaden gefressen habe ansonsten sterbe ich gleich nochmal weil ich total brain off war und hier in so einen geschändeten boden idol das passiert jetzt hier in dieser ecke gleich das heißt auch für milis ihr solltet darauf achten dass ihr wirklich nicht in den geschändeten boden steht die caster können sich jetzt natürlich einfach irgendwo in der mitte sammeln hier sterbe ich jetzt das ist der geschändete boden zwei tics bekommen zwei leute gestorben und ja ist vielleicht auch ein bisschen ja wobei tank schuld kann jetzt nicht sagen ist einfach die schuld von den milis dass ihr so nah da dran steht auf jeden fall wirklich darauf achten dass ihr nicht in diesen geschändeten boden eidelt und möglichst schnell als mir die von dem entfesselten verderbnis wegkommt ansonsten haben wir jetzt hier noch 34 sekunden bis zum average timer wobei so knapp bemessen ja er ist relativ mittlerweile ist er doch relativ knapp bemessen aber wir haben jetzt hier auch nicht die top dds dabei also ja da geht einiges mehr sage ich mal wenn man den hier perfekt runter spielt wobei die kite reihenfolge und das außen lang ziehen ist schon gut und ja boss ist jetzt auch hier tot wie gesagt das war der elite guide ich denke mal wenn ihr das hier schafft es sind die anderen die anderen möglichkeiten diesen zu killen unwichtig und auch total unnütz denn ihr seht wir haben hier elite items mit der gegenstand stufe 503 und ich sag mal nur darum geht es ja um den loot und um den möglichst besten loot rauszuholen und ja ich bedanke mich wie immer bei meiner gelder und disputed vom eu realm terror da ich bedanke mich bei euch für eure aufmerksamkeit und ja nochmal der hinweis sofern ihr euch über world of warcraft informieren wollt und weitere spannende und interessante guides sucht besucht unsere webseite www.mmozone.de dort findet ihr alles rund um world of warcraft und ich sage bis dahin macht es gut haut da rein ciao